Danke Ihnen, danke. Ja, und ich darf ja sehr gerne. Machen Sie es gut, tschüss. So, ja, vor allem also, was mich auch manchmal ankommt, wenn hier so sechs, sieben Leute drin sind, kannst halt echt so einen Traffic... Wow. Nein, nein, warum du auch? Oh nein, alte F-Hier. Was ist passiert? Ja, ich bin gestorben, du bist gestorben. Ja, aber ich bin mit einem Hammet explodiert, obwohl ich in die Nähe von meinem Van gegangen bin. Wow.